ResearchRabbit ist eine kostenlose, KI-basierte Plattform, welche besonders aufgrund ihrer Schnittstelle zu Zotero spannend für eine Literaturrecherche ist. Wenn wir einen kostenlosen Account angelegt haben, können wir Literaturlisten erstellen. Entweder über einen Upload von ganzen BIP-Tech oder RIS-Files aus dem Literaturverwaltungsprogramm oder einzelnen Titeln, zum Beispiel über die DOI. Auf die komplette Liste werden dann Machine Learning Algorithmen angewandt, die die Metadaten der Quellen auswerten. Über Connections können wir die Verbindung zwischen den Papern sehen, wobei eine Linie zwischen zwei Punkten immer eine Zitation darstellt. Rechts neben der Grafik können wir über ein Menü tiefer eintauchen und zum Beispiel spätere Artikel angezeigt bekommen, also solche, die die Titel in der Liste zitieren. Grüne Punkte sind Paper, die bereits in unserer Liste sind, blaue sind neue. Ein Klick auf den Punkt gibt weitere Informationen zu dieser Quelle. Diese kann ich in meine Liste ergänzen, die PDF downloaden oder direkt in Formaten für Literaturverwaltung exportieren. Auf dieser Quelle basierend können wir uns auch wieder tiefere Einblicke anzeigen lassen und uns so immer weiter durch die Publikationen klicken. Die Darstellung lässt sich auch umstellen vom Netzwerk in eine Timeline, um die Reihenfolge der Publikationen zu sehen. Daneben ist auch der Austausch von Listen mit anderen möglich und ein E-Mail-Alerting.